Willkommen zurück bei Top Eleven. Ich habe gerade nicht eingespielt und jetzt schauen wir mal was spielt. Wir brechen doch lieber ab. Wir haben, obwohl... Spielen wir doch. Sie ist Belohnung plus 43 Token. Das können wir uns gut gebrauchen. Eee. Ich würde ja zu gerne abbrechen, aber das kann ich nicht mehr. Oh, der hat lauter gut durchspielen. Und da kommt es noch. hier kann ich euch wieder das spiel zeigen so dann kann ich euch aber noch etwas zeigen mein assistent hat ein neues ok nennen können wir gerade nicht machen was kann ich sonst nicht kann ich meinen eigenen nationalmannschaft nicht auch zeigen wenn wir schon eine haben aber das müssen wir noch warten das ist ein team in der vorbereitungsphase sie gewähren die spieler für die nationalmannschaft gewinne den internationalen und erhalte spieler für den dann kann ich meinen eigenen verband zeigen das hier ist mein verband aber da ich hier keine reinfädeln bleibe ich alleine zurzeit noch in meinem verband dann schauen wir uns mal die finanzen an das ist Okay. Aber ich glaube wir verlieren dieses Spiel hier. Gehen wir mal kurz ins Spiel rein. 0 zu 0. Komm schon, wir stellen dich raus, du verlässt den Platz. Hier. Bis zu der schlechte. Bis zum nächsten Mal. Hoffen wir mal, dass wir jetzt gewinnen dieses Spiel nochmal. In der 64. Minute, in der 65. Minute und so geht es da hin. Komm schon, in der 70. Abseits, das habe ich gesehen. Komm schon. Gut. Nein. Jawohl. Ja, aber auch nur fast, liebe Blöte, ja. In der 80. Minute. Jetzt, äh. Let's go. Ich finde das wird sehr gut, weil wir haben bis jetzt noch keine Karte bekommen und mein Torwart bleibt auch. Spielende und wir haben wieder einmal gewonnen und wir haben das nächste Spiel gewonnen liebe Leute. So. Okay, jetzt kann ich euch hier kurz mein Haus zeigen und zu Hause. Aziz spiritual gegen FC Peter zacht heute um 22.28 Uhr. Ja, das glaube ich könnte funktionieren. Jawohl, wir haben wieder einen Spieler bekommen. Aber, machen wir das so, gut. Jawohl. So, das war es auch schon wieder mit dem Video, ich hoffe, ich habe euch nicht zu lange aufgehalten. Wir sehen uns das nächste Mal, bis zum nächsten Mal, tschüss, bis weiter geht es, tschüss.